Moin moin, da sind wir wieder immer noch im Vor und wir wollen mal sehen, was Tvern zu sagen hat. Genau, Lager ist aufgeräumt von uns. Also bei mir wenigstens. Ja, bei mir auch, bei mir auch. Aber eine Haufe Menge an Glück drin, nachdem ich da alles wiederverwertet habe. Bei welchem Wert ist das eigentlich gerade? Oh, 131 Prozent. Ui. Das ist eine Menge. Da war auch eine ziemlich große dabei. Ich lasse den Rest bald wohl. Da sollte es unser Hauptziel werden. Gut einverstanden. Wie gehen wir vor, um uns zu finden und zu töten? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder locken wir das Auge mit einem unwiderstehlichen Köder an oder wir durchkämmen sein Territorium, bis wir es gefunden haben. So oder so. Wenn wir es gefunden haben, zerstören wir es. Hm, Hinterhalt, direkter Angriff. Ich bin ja eher für den Hinterhalt. Ähm, wir haben einen verzauberten orianischen Spiegel, der die Aufmerksamkeit des Auges erregen sollte. Wenn es auftaucht, werden wir stellen und töten. Mhm. Soll er trotzdem mal den direkten Angriff vorstellen? Wir überschwemmen das Territorium des Auges mit Speeren unterdaten. Sobald wir zuverlässige Kunde von seinem Aufenthaltsort haben, stürmen wir ihn und töten es. Naja, den Hinterhalt bitte. Sehr gut, ich stelle einen Satztrupp zusammen und treffe euch auf dem verdorbenen Schlachtfeld. Ich habe noch ein paar besondere Verbündete, die darauf warten, sich uns anzuschließen. Bin ich ja mal gespannt, was er für Verbündete dazu holt. Du weißt es anscheinend schon. Ist aber schon ziemlich lang her. Ich habe es aber auch mit dem Spiegel gemacht. Da sprang ein Langbogen für mich raus. Mal sehen, ob der zu gebrauchen ist. Äh, nee. Wenn ich das Siegel rausbekommen will, ist schön, aber sonst ist das Ding... Äh. Der Rest des Müll. Gut, dann können wir hier wieder raus. Jetzt. Und wo will er getroffen werden? Bup, bup, bup. Ah, da müssen wir... ...hier unten das verdorbene Schlachtfeld. Das Problem ist... Ah, wer auch umkämpft. Hier ist quasi alles umkämpft. Da müssen wir... Hier laufen. Äh, da können wir quasi von hier hin laufen. Das ist... Und es wäre... ...interessant zu sehen, was hier noch als... Okay, Zustand zerschmetteren... ...da drauf. Weil es fehlt mir quasi nur noch ein für das Daily. Also irgendein... ...einer Punkte. Ich hab's hier voll. Ja, ist alle voll. Jupp. Man braucht dich nicht mehr, aber ich bin sauer, dass du deine Daily voll hast. Ich nicht. So. Pack-Trebuchet verteidigen. Wenn wir da schon vorbeilaufen. Und da hinten die Hohentoten auf den Zurennen. Müssen wir sowieso durch. Genau. Okay, jetzt kommst du wahrscheinlich wieder von der anderen Seite. Oder, oder? Oh, hier sammeln sich welche. Bei mir. Ja. Ah, jetzt. Ja, noch. Jetzt. Genau. Genau. Okay, wieder die andere. Und welche Seite jetzt? Über 1, 2, 2. Ah, hier kommt auch was. Andere Seite. Andere Seite. Andere Seite. Und danach können wir auch gleich die Seiten wieder wechseln. Ja, soll hier keine Langeweile aufkommen, ne? Ja. Ja. Jetzt leben sie zu. Ja, wo bleibt hier? Okay, hier kommt was an. So, schöne Falle hier mal. Nicht, dass er von Nöten wäre, wenn er die ganzen Katapulte. Okay. Oh. Sehr schön. Event erfolgreich. Wobei, ne, das muss ein anderes Event gewesen sein. Hm. Das ist noch nicht zu Ende. Wissen ist der größte Schatz. Andere Seite. Ja, andere Seite. Okay. Jo, und zurück. Letzte Minute, wa? Ja. Halbe Minute noch. Ja, jetzt kommen sie hier. An welcher Seite? Kommen sie schneller. Na, geht doch. Der Rest flüchtet jetzt wahrscheinlich gleich. Oder löst sich in Luft auf. So. Naja. Gute Arbeit, Belagerungsmeister. Zeit für den nächsten Schritt. Hier beschäftigt die Aufmerksamkeit. So. Jo, hier drüber. Und dann. Und. Jo, das ist nicht auf dieser. Vorbei. Okay. Okay. Hier ist immer noch die Aufgabe mit diesem Käpt'n. Schlagen mich tot Ach komm, der Lindwurm fällt uns sonst wieder rücken Oh, den kennen wir ja schon Oh Mhm, säubert Ah ja, gut, wir müssen da sowieso hin Zumindest diesen Wegpunkt Genau Seit ich das Spiel spiele, ist er immer umgekämpft Der war glaube ich noch nie frei In der Mitte ist noch eine Sehenswürdigkeit, glaube ich Wir gehen ruhig mal hin, dass wir Sinn machen, so wie das hier aussieht Ja Hast du? Ja Okay, dann können wir wieder raus Zack Und brauchen dann nur weiter südlich Äh Hier Quasi ist der Punkt So Okay Haben was Nein Eine Schildkröte Was ist denn Schildkröte? Ja, die hat jahrhunderte Kampferfahrung Und der Auferstand der Bewahrer feiert auch schon auf uns Und nur weil wir dran vorbeigelaufen sind, also den Ort, den wir vorher schon mit erobert haben Haben wir doch tatsächlich wieder erfolgreich das Event mit Bronze abgeschlossen Ah, hier können wir doch gut landen Und mit Riel gibt's hier auch Oh Was Neues Schon längst voll ist Interessant, mir fehlen bestimmt einiges an anderen Metallen Mit Riel hab ich mittlerweile noch gefeuert Ah 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 Joa, dann Rein da Jo Kannst du dich hinzünden, welche Variante du da genommen hattest? Auch Spiegel Hm Willkommen, Kommandeur Ich möchte euch die Junker Taekwen und Karis vorstellen Sie helfen uns bei unserer Wie man macht die Junker Taekwen